Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem neuen Marktüberblick. Wir sind heute noch mal draußen auf Wunsch meines Gastes. Das möchte ich zu Anfang des Interviews noch mal bekräftigen. Es ist wirklich frisch geworden. Wir haben tatsächlich den Sommer jetzt nicht mehr hier. Aber natürlich sind wir hart im Nehmen. Aber ein frisches Lüftchen weht derzeit ja auch an der Börse. Natürlich haben wir weiterhin steigende Infektionszahlen. Und die Anleger sind ein bisschen vorsichtig geworden. Aber jetzt erst einmal begrüße ich meinen Gast, Jochen Stanze. Ja, die Schuld muss ganz klar ausgesprochen werden, finde ich. Aber wir ziehen das natürlich durch. Also der Herbst ist da und möglicherweise ist der Herbst auch auf dem Parkett da. Wir haben ja schon gesehen, dass beim DAX gerade zu Anfang der Woche schon ordentliches Korrekturpotenzial vorhanden war. Ist das erst der Anfang? Es ist möglicherweise erst mal der Anfang, aber sehr schöne Überleitung. Ich habe mir dann, als du das Thema dann aufgegriffen hast, es ist wirklich frisch geworden, auch gedacht, dass das eigentlich sehr gut zusammenpasst mit der Temperatur, die auch ein bisschen sich abgekühlt hat an der Börse. Also wir haben Trendwendeformationen, da schaue ich ja drauf als Charttechniker, so ein, zwei, drei Muster. Also wir haben versucht über den September hinweg, nachdem es Anfang September, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, gab es ja diesen ersten Rums abwärts. Und da hat sich ja jeder gefragt, war es das jetzt, kommt jetzt die Korrektur? Und dann haben wir den ganzen September damit verbracht, auszuloten, so können wir höhere Hochs machen, weil das war ja das, was wir seit März gewohnt waren. Es hat sich immer mal wieder ein bisschen abgekühlt gehabt, danach ging es dann doch wieder auf höhere Hochs. Und die Erkenntnis, die wir jetzt haben, ist, dass es nicht auf höhere Hochs gegangen ist, sondern wir sind unter die damaligen, von Anfang September die Tiefs gegangen. Man muss sie im Chart anschauen, ich kenne sie jetzt nicht alle auswendig, aber sowohl der Nasdaq, wie auch der S&P, wie auch der Dow Jones, wie auch der DAX, haben diese Anfang September Tiefs unterschritten. Und damit haben wir eben eine Verhaltensänderung, so wie die Temperaturen jetzt hier kühler geworden sind, sind sie auch in der Börse kühler geworden, sind sie nicht auf höhere Hochs gegangen, sondern haben jetzt eine Trendwende, was ein Korrekturpotenzial mit sich bringt. Wir haben aber auch gesehen, dass diese aktuelle Korrektur natürlich auch angeschürt durch die steigenden Infektionszahlen bezüglich der Corona-Pandemie relativ gesittet noch abläuft. Ja, knapp 4,5 Prozent zu Anfang der Woche beim DAX, die haben wehgetan, keine Frage. Auch die Marke von 12.500 Punkten ist im Visier. Nichtsdestotrotz haben wir nicht diesen Rutsch, den man hätte erwarten können bei einer zweiten Welle. Weshalb läuft das alles noch so bröckchenweise vonstatten? Ich glaube, wir haben so ein bisschen eine neue Dynamik jetzt auch bekommen. Über diese Zeit der Pandemie haben die Leute ja Zeit gehabt und haben gesagt, was mache ich mit der Zeit? Und viele sind auf die Idee gekommen, ja, könnte ich mich doch für ein Brokerkonto anmelden und fange an zu traden. Das sind Millionen weltweit. Und gerade auch die Millennials, die sehr stark am Kryptomarkt auch in den letzten Jahren aktiv waren. Die Kryptos haben sich insgesamt schon ein bisschen beruhigt. Da ist nicht mehr so viel los, nicht mehr so viel Volatilität. Und die scheinen jetzt eben über die Pandemie dann auch über Trading-Apps, die kostenlosen Zugang zum Trading ermöglichen, wie Robinhood zum Beispiel in den USA, dann doch die Aktien entdeckt zu haben. Und gerade Werte entdeckt zu haben, wie Tesla aus dem Wasserstoffsektor sehr stark dort vertreten sind. Und eben im Technologiesektor insgesamt. Und da ist es halt so, dass man da auch bei Tesla sehen konnte, die waren eigentlich auch korrekturbereit. Auch da haben wir solche Trend-Wende-Formationen gehabt. Und dann haben wir ja den Aktien-Split angekündigt und sind nochmal um 60 Prozent nach oben gegangen. Das war ein Short-Squeeze. Da waren also die, die alteingesessen gewesen sind an der Börse, haben gesagt, okay, wir gehen jetzt vor, wie wir das sonst auch tun, sind Trend-Wende-Formationen, die Aktie ist vielleicht überhitzt. Und dann gibt es aber dieses Rudelverhalten auch von diesen neuen Anlegern. Ob die jetzt dafür verantwortlich waren, hauptsächlich weiß man nicht, aber die waren bestimmt schon ein Element. Und es kam eben dann zu diesem massiven Short-Squeeze, wo eben die, die schon länger dabei sind, plötzlich sehen mussten, oh, da ist eine neue Dynamik auf der Oberseite. Und wenn sich sowas halt mal auf der Oberseite total übertrieben abspielt, wie es bei vielen Kryptos der Fall war, dann wissen wir ja nachträglich jetzt auch, die sind ja auch irgendwann mal eingebrochen, weil alle plötzlich zur gleichen Zeit dann auf die Idee kamen, oh, jetzt muss ich raus. Und ich glaube, da haben viele Anfang September so ein bisschen so einen Krypto-Moment gehabt, wo sie gesagt haben, oh, das könnte vielleicht jetzt auch passieren, wenn die ganzen Tech-Aktien drehen. Und haben dann angefangen, sich über den September hinweg abzusichern. Also wenn man die Handelsbücher schaut nach New York, kann man ja immer gucken, wo sind die im Nasdaq-Future, wie sind die da positioniert. Und da gibt es einen deutlichen Überhang an Short-Positionen, die über den September hinweg aufgebaut wurden, sodass die, die eben da Zugang drauf haben und die alteingesessenen, die sind halt ein bisschen schon abgesichert. Und wenn der Markt dann eben einbricht, vielleicht weil diese neuen Traders ihre Positionen irgendwie alle auf den Markt werfen, dann sind die abgesichert, die ganzen Pensionskassen, die größeren Marktteilnehmer. Und das tut denen dann nicht so weh. Und deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen geordnet, geht es dazu in dieser Korrektur. Hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass die sogenannten jungen Wilden da vielleicht für ein bisschen, letztendlich für ein bisschen Ordnung sorgen könnten. Was wir momentan auch wiedersehen, endlich, muss ich sagen, ist, dass sich einige Unternehmen wieder an die Börse wagen. Klar, während der ganz harten Zeit in der Corona-Krise hat man natürlich alles so niedrig wie möglich gehalten, was Kontakt da angeht. Aber es gibt jetzt wieder Unternehmen, die sich auch an die Börse wagen, IPOs wieder. Wir hatten in dieser Woche schon den Wohnmobilhersteller Knaus Tappert an der Börse. Außerdem haben wir dann heute das Rüstungsunternehmen Hensoldt. In der kommenden Woche kommt dann noch der große Spin-Off von Siemens Energy mit an die Reihe. Alles muss man aber sagen, in einem immer noch schwierigen Börsenumfeld. Wird es denn jetzt einfach mal wieder Zeit für ein bisschen Normalität? Ja, ich würde es mir wünschen. Und so Fusions- und Akquisitionsaktivität ist auch nach oben gegangen. Also da gibt es viele Übernahmen, wo Unternehmen halt einfach dann gucken, was läuft. Ja, und viele Unternehmen haben ja große Cash-Reserven immer noch. Es gibt natürlich Pandemie-Verlierer, die staatlich auch unterstützt werden müssen. Wenn man sich eine Lufthansa-Aktie zum Beispiel anschaut, die gerade bei der 7-Euro-Marke jetzt so kurz davor standen, bevor wir das Interview gemacht haben, drauf geschaut, ein neues Tief zu machen. Also auch tiefer gehen, als bevor sie das Rettungspaket dann bekommen haben. Und da gibt es also Krisenverlierer, aber die, die Gewinner sind, wie eine Microsoft, die jetzt im Bereich Videospiele zukauft, eine neue Xbox bringt. Und das sind diese Sachen, die halt dann doch wachsen. Und da ist Geld da. Und da kann auch Geld bewegt werden. Man denkt an Apple, an die Cash-Reserven, die die haben. Na gut, bei Apple wurde natürlich auch ordentlich zugefeuert, wenn ich mir die Schlangen hier drüben beim Apple-Store zu iWatch-Zeiten angeschaut habe. Das ist richtig. Aber ich meine, die können viel bewegen. Und es gibt viele Unternehmen, denen es gut geht und die auch jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um eben an die Börse zu gehen, was denen auch Publicity bringt, was aber auch dann einen Kanal für Kapitalerhöhungen über eine Beteiligung von Aktionären dann bringt, wo die dann wieder stärker investieren können. Also das ist ein gutes Zeichen, dass eben die Börse gut läuft. Ob das Ganze nachhaltig dann ist, wird man dann halt sehen. Das hängt dann wieder vom Impfstoff ab und der Vertrauen fassen, was die Leute dann wieder haben werden. Die große Frage ist aber dennoch, wo könnte der DAX sich aufhalten, hinsteigen oder hinfallen? Sagen wir mal, sind wir mal mutig zum Ende des Jahres. Es gibt einige Experten, die sprechen von der 10.000-Punkte-Marke in diesem Jahr. Ja, everything is possible, ja. Das ist wahr, Jochen. Ich werde auch konkreter. Also es gibt ja zwei Sachen, auf die ich achte. Auf der einen Seite ist es wirklich diese Tech-Käufer, ich will sie mal so nennen. Das soll gar nicht abwertend gemeint sein. Das ist ja rational, diese Aktien zu kaufen, weil die ja eben davon profitiert haben. Nur sind wir da halt auf Niveaus vorgetrunken, wo man sagt, das ist schon teilweise überkauft. Wir haben, was die Bewertung angeht, auch wirklich hohe Bewertungen, auch in diesem Bereich. Und wenn diese Käufer, die jetzt auf höhere Hochs gewartet haben, die Nerven verlieren, weil diese höheren Hochs nicht kommen und wir jetzt dann eben weitere Minus-4-Prozent-Tage haben, dann könnte es halt dann plötzlich ungeordnet werden. Wenn die alle auf die Idee kommen, jetzt die Nerven zu verlieren und eben ihre Stücke auf den Markt zu werfen, dann könnte eine größere Korrektur kommen, sehr wohl. Das ist das eine. Zum anderen kann man sich ein bisschen an der Zyklik orientieren, weil wir sind ja im Präsidentschaftswahljahr. Es wird ja Anfang November gewählt in den USA. Ob das so reibungslos dann ablaufen wird, weiß nicht. Also da kommt auf jeden Fall... Sie überfürchten das nicht. Es ist ein Trading-Event, auf jeden Fall das Größte seit Langem. Und das birgt dann schon auch Spannung. Und normalerweise läuft das so ab, dass ein Präsidentschaftswahljahr bis Mitte Oktober fallende Kurse bringt. Seit Mitte September und auch Anfang September gibt es einen ersten Rutsch. Das passt eigentlich perfekt in diesen Präsidentschaftswahlzyklus rein, bis Mitte Oktober abwärts. Und dann dürfte es in Richtung der Wahlen dann eigentlich aufwärts gehen, wenn diese Zyklik auch dieses Jahr zum Tragen kommt. Also immer noch ein Funken Hoffnung am Horizont, was die Präsidentschaftswahl und möglicherweise auch steigende Kurse angeht. Dankeschön, lieber Jochen Stanzel, für die Einschätzung. Liebe Zuschauer, soweit für den Moment. Also Sie haben es gehört, Korrekturen sind natürlich immer möglich. Auch die 10.000-Punkte-Marke noch in diesem Jahr beim Deutschen Leitindex kann drin sein. Aber wir schauen uns natürlich an, wie es weitergeht. Wir haben auch den Zyklus der Präsidentschaftswahlen im Blick. Und ich hoffe, Sie haben uns im Blick. Bis zum nächsten Mal.